Das menschliche Gehirn ist mit mehr als 100 Milliarden Nervenzellen die komplexeste Struktur in der Biologie. Wahrnehmung, Denken, Lernen, Erinnern und Vergessen sind letztlich molekulare Vorgänge und lassen sich nur mit einer hochauflösenden Mikroskopie darstellen. Der Exzellenzcluster entwickelt entsprechende innovative Spektroskopie- und Mikroskopietechniken. In Kooperation mit den Forschergruppen des DFG-Forschungszentrums Molekularphysiologie des Gehirns werden sie auf ihre Anwendbarkeit in der Biologie getestet. Ziel ist die Entwicklung neuer diagnostischer Methoden und therapeutischer Strategien in der Medizin. Professor Richter ist der Sprecher des Exzellenzclusters. Er weiß, dass die Ziele nur erreicht werden können, wenn neue bildgebende Verfahren entwickelt werden, durch die molekulare Vorgänge und ihre Wechselwirkungen in lebendigen Zellen im Nanobereich sichtbar gemacht werden können. Wir wollen die Molekularphysiologie des Gehirns verstehen. Das heißt, wir müssen die molekularen Faktoren zuerst mal identifizieren, die für spezifische Funktionen verantwortlich sind. Und dann müssen wir deren Interaktion mit anderen Molekülen untersuchen. Das nicht nur auf der Einzelzellebene, sondern auch in neuronalen Netzwerken. Das Hirn besteht aus solchen Netzwerken und letztlich ist auch das Ziel, Hirnfunktionen verstehen zu lernen. Die Forschungsaktivitäten sind vielfältig. Im Labor von Professor Schild wird untersucht, wie Duftstoffe detektiert und kodiert werden. Diese komplexen Reaktionen lassen im Gehirn ein neuronales Abbild der Geruchsstoffe entstehen. Mit einer in seinem Labor neu entwickelten Mikroskopietechnik können diese Prozesse in ihrem zeitlichen Verlauf verfolgt werden. Das Besondere ist, dass dabei hunderte von Nervenzellen, die an der Rezeption des Riecheindrucks beteiligt sind, gleichzeitig erfasst werden können. Diese Technik ist auch in vielen anderen Teilen des Gehirns anwendbar und wird damit zur Aufklärung normaler und pathologischer Funktionen beitragen. Ganz wichtig ist dabei eine Methode, die wir in letzter Zeit hier entwickelt haben, das sogenannte Activity Correlation Imaging, das es erlaubt, die Aktivitäten von Neuronen in 3D, also in Volumina, darzustellen und zu verfolgen. Dazu benutzt er die Larven des afrikanischen Krallenfrosches. Sie sind weitgehend durchsichtig und daher mit optischen Methoden besonders gut untersuchbar. Die Doktoranden von Professor Schild arbeiten mit diesen Modellorganismen. Die interdisziplinäre Nachwuchsförderung, insbesondere die Ausbildung von Doktoranden, ist für den Cluster von zentraler Bedeutung. Was hier besonders wichtig ist für uns, was die Nachwuchsausbildung betrifft, sind zwei Promotionsprogramme. Eins in Richtung Biophysik und ein anderes in Richtung Neurowissenschaften. Und die Leute, die dort arbeiten, sind für die Labors, die wir hier haben und im Exzellenzcluster besonders wichtig. Professor Zweckstetter arbeitet mit der Magnetresonanz-Spektroskopie. Er kann Molekülstrukturen mit atomarer Auflösung abbilden und so die räumliche Anordnung von Proteinen, die in der Zelle nahezu ungefaltet vorliegen, unter natürlichen Bedingungen erforschen. Zum ersten Mal können mit dieser innovativen Spektroskopietechnik extrem schnelle Proteinbewegungen im Bereich von 5 Nanosekunden bis 50 Mikrosekunden untersucht werden. Bestimmte Moleküle, die im Zusammenhang mit der Alzheimerkrankheit eine Rolle spielen, werden so erstmals für die Forschung zugänglich gemacht. Wir untersuchen zum Beispiel die Reaktionsmechanismen des Proteins Tau. Mit einem R-Spektroskopie sehen wir genau, welche Module des Proteins Tau an Mikrotuguli die Transportschienen innerhalb der Zelle binden. Bei Alzheimer-Patienten sind diese Bindungsstellen durch Phosphatreste blockiert und damit der Stofftransport innerhalb der Zelle gestört. Das STET-Mikroskop ist weltweit einzigartig und eine technische Revolution in der Lichtmikroskopie. Erstmals kann eine Bildauflösung im Bereich weniger Nanometer ermöglicht werden. Nun sind Untersuchungen von zellulären Vorgängen in lebendigen Zellen auf molekularer Ebene möglich, die bisher für unrealisierbar gehalten wurden. Erfunden hat es der Physiker Professor Hell. Der Nachwuchsgruppenleiter Dr. Rizzoli nutzt das STET-Mikroskop, um eine molekulare Kartierung der synaptischen Prozesse des Gehirns auf der Nanoebene zu erstellen. So sollen normale Funktionen des Gehirns auf der molekularen Ebene analysiert und schließlich auch Fehlfunktionen verstanden werden. Ein so ambitioniertes Projekt kann nur mit einem bildgebenden Verfahren höchste Auflösung wie dem STET-Mikroskop realisiert werden. Ziel dieses Projektes ist es, diesen Paradigmenwechsel in der Lichtmikroskopie direkt für die Neurowissenschaften, zum Beispiel die Funktionsanalyse von Synapsen, zu nutzen. Mit dem STET-Mikroskop, das Professor Hell entwickelt hat, ist es uns zum ersten Mal möglich, die Bewegung von Organellen in lebenden Zellen zu messen. Hier zeigen wir synaptische Vesikel. STET erlaubt uns zu verstehen, dass sie sich ungerichtet bewegen, während wir dachten, dass sie gerichtet sein würden. Seit mehr als 130 Jahren nahm man an, dass die Auflösung eines Lichtmikroskops prinzipiell auf 0,2 Mikrometer begrenzt ist. Die Erfindung des STET-Mikroskops hat diese Auffassung widerlegt und gezeigt, dass man weit über diese Grenze hinaus scharf auflösen kann, ja, diese Grenze sogar ganz aufheben kann. Heute können wir Bilder aufnehmen, die deutlich schärfer sind, dreimal, fünfmal schärfer und so weiter. Die Auflösung ist prinzipiell unbegrenzt und nur gegeben durch die Größe des Moleküls. Es gibt also eine Menge zu entdecken. Es eröffnet sich wörtlich eine ganz neue Welt. Der Cluster wird sich weiterhin diesen elementaren Prozessen des Gehirns widmen, um sie in einer Auflösung zu studieren, die bisher dem menschlichen Blick entzogen war. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020